Wir hatten unser Ziel fast erreicht, aber ich hatte das Gefühl, dass uns dort nichts Gutes erwarten würde. Ich habe das Gefühl, dass wir das Ziel haben, aber ich habe das Gefühl, dass wir das Ziel haben. Wow, hey, Bob, was ist das denn? Was dir gesagt sein, die beste Art, die Alien-Invasoren auszuschalten, liegt in der Verwendung von Bauangriffen. Oh, wow, okay, mom. Das ist unglaublich! Das war's für heute. Was ist das? Einige Objekte sind nur sichtbar, wenn spezielle Gegenstände verwendet werden. Mal sehen, was wir finden. Hallo! Hallo! Ich bin der Mann, Herr Parallel, Herr Parallel! Cool! Scheint, als hättest du eine Möglichkeit freigeschaltet, schneller durch die Welt zu reisen.